Als hätte es unsere gemeinsame Zeit nie gegeben. Damit ging sie aus der Tür den Flur entlang und die Treppen hinunter. Als die schwere Eichentür ins Schloss fiel, halte das Geräusch lange in mir nach. Ebenso wie Sarahs letzte Worte an mich. Als hätte es unsere gemeinsame Zeit nie gegeben. Schon am nächsten Tag stand ich im Golden Words und machte Inventur. Zu Hause war mir die Decke auf den Kopf gefallen. Also hatte ich mich dazu entschlossen, in meine kleine Wohlfühloase in Covent Garden zu fahren und mich mit ganz vielen Büchern zu umgeben. Geschichten hatten mir bereits in der Vergangenheit das ein oder andere Mal über schwierige Situationen in meinem Leben hinweggeholfen. Als es Probleme mit Schülerinnen in meiner Klasse gab, konnte ich nachts nicht mehr schlafen. Also hatte ich alles gelesen, was mir zwischen die Finger gekommen war. Jane Austen und Agatha Christie waren mir dabei die Liebsten gewesen. Auf diese Weise war es mir gelungen, die Welt um mich herum einfach auszublenden und in den Schlaf zu finden. Es war eine schwere Zeit für mich gewesen, aber gleichzeitig war da dieses kleine, funkelnde Leuchten, meine Lesebegeisterung. Vielleicht habe ich ja auch deshalb eine Buchhandlung, in der ich von so vielen Büchern umgeben werde, damit ich den Menschen zeigen kann, wie heilsam und weltverbessernd Bücher sein können. Tränen rannen mir über die Wangen. Mads Gesicht rückte vor mein geistiges Auge. Ich schüttelte den Kopf und versuchte mich abermals auf das Zählen der Bücher zu konzentrieren. Als mir das nicht gelingen wollte, weinte ich vor Frust. Wie hatte ich nur so naiv sein können und denken, dass mit Mad und mir könnte etwas werden? Schließlich hatten wir uns über eine Plattform kennengelernt, auf der es darum ging, sich gegenseitig einen Gefallen zu tun. Nicht mehr und nicht weniger. Ich schüttelte den Kopf und schüttelte den Kopf.